Das ist immer eine tolle Sache. Ich war bis heute früher noch selber im Modell und gestern waren alle ein bisschen spät gekommen und deswegen, da bleibe ich schon im Bett, aber ich habe euch noch gehört, wie ihr in den Pool irgendwie zu der Tolle ein paar Runden gestanden seid. Aber das ist immer wieder eine schöne Sache. Ihr wisst selber, dass es dieses Jahr nicht so läuft, wie ich es gerne hätte und wie ihr es gerne hätte, aber es ist halt nun mal ein Scheißjahr für mich, aber ich denke schon, dass es Stück für Stück auch besser geht. Ich will mich noch mal bedanken, dass ihr trotzdem hinter mir steht, dass ihr zu mir hält und ich kann halt nur versichern, dass es in Zukunft super besser aussieht. Und ich gebe natürlich immer mein Bestes, aber es ist halt dieses Jahr ein bisschen dann verzweifeln, wenn man halt mit der Maschine selber nicht zurechtkommt. Ich will die Schuld jetzt nicht auf dem Team oder Motorrad schieben. Es ist halt, wenn man eine Frau kennenlernt, der fände ich scheiße, da kann man halt nichts damit anfangen. Da muss man sich anders suchen oder versuchen, mit Schönheit zu gehen, besser zu machen. Ungefähr, das ist auch bei mir, aber wir wollen versuchen heute unser Bestes. Heute ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Ich war Elfter und wir haben sogar... Hey, Elfter! Hey! Ich habe da was gefunden am Torholt und hoffe, dass ich durch den Pencentral Rundzeiten fahren kann mit der Eis. Vielleicht komme ich ja noch ein Stück davon. Ich habe hier drücken ruhig alle die Daumen. Ich habe hier drücken ruhig alle die Daumen. Ja, ich bin da glücklich. Haha! Ich habe da... Vielen Dank.